Ich grüße alle Geburtstagskinder, die vom 12.12. bis 18.12.2016 ihren Geburtstags feiern. Euch allen gratuliere ich von ganzem Herzen und wünsche euch alles, alles Gute und dass eure geheimen Wünsche in Erfüllung gehen. Wollt ihr wissen, was das nächste Jahr euch noch so alles bringt? Dann ruft mich an oder kontaktiert unseren Top-Astrologen. Dann erfahrt ihr noch viel mehr. Doch nun hört euch erst einmal die Kurzprognose an. Im Großen und Ganzen geht es dir in den nächsten zwölf Monaten recht gut. Aber nicht alles fällt dir so einfach in den Schoß. Das heißt, passives Abwarten bringt dich nicht weiter. Sobald du aber die Initiative ergreifst, verschwinden all deine Hindernisse im Beruf und im Privatleben. Auch deine Gesundheit richtet sich zum Besten. Halte deine Augen offen, damit du keine glücklichen Gelegenheiten verpasst. Das Geschenk der Sterne für dich ist sehr glückliche Fügungen, Selbstvertrauen und Lebensfreude. Und du kannst dich freuen. Ein großer Traum kann in Erfüllung gehen. Deine Affirmation für dein neues Lebensjahr ist Mein Leben wird von Tag zu Tag erfreulicher. Von eurer DERIA mit den besten Wünschen, Glück, Erfolg und Gesundheit für das neue Lebensjahr.